Heute ist ein guter Tag, um dir darüber klar zu werden, wohin die Reise deines Lebens gehen soll. Welche Visionen hast du? Welche Ziele hast du bereits erreicht? Und in welchen Bereichen liegt deine Sehnsucht noch begraben? Wenn du Ziele hast, versetzt dich dies in die Lage, Tage, Wochen und Monate voller Freude und Energie zu verbringen. Nicht nur wer Ziele erreicht, auch wer sich Ziele setzt, ist glücklich.